Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu diesem wunderschönen Video. Heute spielen wir Minecraft mal auf etwas andere Art und Weise durch. Seit wann sagen wir, was geht ab, meine Freunde? Okay, Tobi. Oh mein Gott. Moment, was? Hast du das Dirt abgebaut? Ich wusste nicht, was die Challenge ist. Die Challenge ist heute Dirt ist OP. Was kommt hier raus? Oh mein Gott! Digga, was ist das denn für eine dumme Scheiße? Speedrun, nicht diskutieren, Speedrun. Okay, weiter. Digga, was? Was ist das? Lass erst mal Full-Dier gehen, komm. Nein, Curse of Vanishing. Ah, ist egal. Digga, okay, what the fuck. Ja gut, wir müssen aber trotzdem noch halt ein Village in alles finden. Das ist gar nicht so einfach. Ja, aber kommen auch hier Enderpearls oder so raus? Nee, Gold Dears. Okay, na gut. Aber wir haben jetzt schon ein krasses Equipment. Wollen wir ein Pferd uns suchen? Weil du jetzt die Rüstung hast dafür, ne? Okay, weißt du, was wir machen? Goldäpfel, Diasse. Komm mal, Digga. Die Emeralds brauchen wir. Aua, ich hab fünf Stück schon. Ey, warte, stimmt. Die Emeralds können wir bei den Villagern, bei den Villagern traden, genau. Das Ding ist halt, wir können natürlich jetzt gucken, welche Rüstung hier am meisten OP ist, aber ganz ehrlich, Protection, Fear, Unbreaking. Das ist schon okay, glaube ich, was wir haben an Rüstung. An Rüstung. Das OMG, du hast einen Sprachfehler gehabt. Was ist Curse of Vanishing? Wenn er stirbt, ist man tot. Ach ja, das ist ja bei jeder Rüstung so. Reicht. Wie viele Emeralds hast du? Ich versuche halt alle seine Emeralds zum Zubekommen. Okay, und wie viele hast du? Weiß ich noch nicht, warte. Alter, was hier liegt. Guck mal, hier leckt es ja richtig, wenn man hinguckt. Hier leckt er ja richtig. Warte, ich hab jetzt 61 Emeralds oder sowas, glaube ich. Ich hab 25. Oh mein Gott, das ist peinlich. Okay, Bro. Ich glaube, das reicht erstmal. Ich glaube, das reicht. Nichts zu essen, aber das sollten wir uns im Hinterkopf bewahren. Hast du so ein... Ich hab... Hol dir so ein Feuerschwert, Bro. Dann ist es direkt gebraten. Guck mal, einmal das Essen, was hier liegt. Oh mein Gott. Harpness, Harpness. Oder war das ein Sattel? Ah, nee, das ist ein Sattel. Das war kein Chick. Okay, ist egal. Komm. Wir gehen, wir suchen ein Village. Ja, wir traden dann einfach. Oh, he leckt so hart in dir. Okay, Bro. Wir brauchen jetzt ein Village. Weißt du das? Ich hol ganz kurz ein bisschen Dings. Ich esse ein Stück Schokolade. Nein, nein, beeil dich jetzt mal. Ja, ja. Ich hab... Bro, willst du mich eigentlich f***en? Ich hab eine Woodland Mansion gefunden, aber kein scheiß Village. Ist das seltener? Digga, eine Woodland Mansion ist todes selten. Todes selten. Ja, Bro. Lohnt es sich, da reinzugehen? Ey, kann mein Pferd gar nicht schwimmen? Ja, Digga, aber das ist doch... Okay, pass auf, Tobi. Ich nehme kurz die Woodland Mansion auseinander. Ich hab eins! Okay, nice. Warte, warte, warte. Ich komme jetzt nicht rüber zu dir. Ach so. Sorry, nein. Jeder macht den Spiegel dann für sich. Das hast du wohl vergessen. Halt's Maul, Alter. Warte, das hast du verholtest. Es ist ein Riesendorf. Ich werde erstmal hier einreiten. Du stellst sie hinten an. Du musst den Magier töten. Ist der Magier nicht über OP? Der will nicht handeln mit mir. Ich bring deine Familie so. Wieso will der nicht handeln mit mir, Sebastian? Was ist jetzt schon wieder neu in der Version? Weiß ich nicht, weil Nacht ist. Ach so, nachts handelt der Kollege nicht. Sorry, komm ich heute Morgen wieder. Mann, Digga. Ich bin so langsam, Bro. Ja, also ich hab schon hier richtig OP-Staff gefunden. Gibt doch Villager, die keinen Job haben, Tobi, ne? Ach so. Jetzt gibt es euch in unserem Arbeitslosen-Villager quasi. Aber der hat einen Job. Der hat so eine Kutte an und gibt mir nichts. Ja, scheiß drauf. Wir müssen eigentlich weitermachen. Ganz ehrlich, Totem ist unmöglich. Okay, TP. Wie, TP. Du bist doch eh schon hier bei mir. Okay, gut. Spaß. Ja, wir haben nur den Prozess ein bisschen schleudig. So, ab ins Dorf. Die sind sehr gierig alle und die wollen nichts geben. Wir brauchen diesen Typ, der Sticks zu Emeralds macht. Ne, Emeralds haben wir schon genügend. Wir brauchen den aus der Kirche. Der verkauft die Dings. Ja, mach ich ja. Wo ist der hästige? Der braucht doch eigentlich einen Brewing-Stand, oder? Der braucht doch eigentlich einen Brewing-Stand. Okay, lass kurz hier pennen, Tobi. Lass kurz schlafen. Super. Du meinst, geh du in ein Haus rein. Du kannst den Villager arbeiten. Dann schlaf. Ich schlaf. Dann ziehen wir einen der Villager einfach ab und packen den quasi in die Kirche. Dann kriegt er das Ding. Okay, Bro. Wir müssen jetzt einen Villager in die Church reinbekommen. Der geht. Der geht. Der geht zur Arbeit. Er geht rein. Guck. Ich hab ihn da hingeloggt. Nice. Okay, er ist da. Jetzt müssen wir Trades mit ihm machen. Warte, ich kaufe. Ich hoffe, er verkauft Enderperlen. What a deal. Level ihn kurz. Guck du, dass du draußen noch Emeralds farms, bitte. Okay. Der muss seine Trades updaten. Okay, was verkauft er noch? Lillipads zu Emeralds. Flaschen zu Emeralds. Kann ich ihn noch so weiter mit alten Sachen leveln? Geht das nicht auch? Mit alten Trades? Konktioniert das? Wenn ich jetzt quasi den Trade hier immer weitermache? Ja, okay. Das geht. Ich hab hier noch ein paar Emeraldien für dich. Ist geil. Bringt mir mal grad nichts, Tobi. Ich brauche Glasbordels. Acht Stück. Dann hab ich jetzt nicht hier. Dann hol Glas und brenn das schnell. Oh, bist du sauer? Hör auf mich an zu schreien. Digga, ich hasse es, dass du nicht try hat. Das nervt mich so. Du bist so schlecht. Ey, der kann hier raus. Ey. Ich bin schlecht. Also ich hab jetzt Sand. Ich brenne es. Nein, brauchen wir nicht mehr, Bro. Ist egal. Wir brauchen einen neuen Villager. Vielleicht hat er nächstes Jahr auch... Digga, hier ist nur ein Kleinwüchsiger. So ein Kind. Ich brauche einen großen Villager. Wo ist hier so ein Arbeitsloser, Dicker? Hier ist einer. Ist der arbeitslos? Ja, der sieht sehr arbeitslos aus. Okay, wir müssen den irgendwie da hochbekommen. Ja, guck mal. Der kennt er gerade. Der geht eh dahin, wo wir wollen. Der geht eh dahin, wo das nächste Ding ist zum Arbeiten für ihn. Ja, guck mal. Digga, jetzt ist ja noch ein Wandering-Penner, Alter. Ey, der geht woanders hin. Nein, der wird Farmer. Kann er nicht mehr? Jetzt muss er in die Kirsche eigentlich gehen. Bro, warte, ich mach ein Boot. Nervig, Digga. Digga, wo willst du hin? Ich versuch mal, den anderen da reinzulosen. Wir brauchen eh ein paar vielleicht. Guck mal, Digga, deren Path-Finding-AI ist doch eigentlich so simpel, Digga. Der muss doch... Tobi, bau das einmal ab. Das müssen wir einmal... Den Blaze-Ding müssen wir einmal abbauen. Den Brewing-Stand. Ja. Die Brewing-Stand machen wir jetzt gesagt. Warte, kann ich den Brewing-Stand nicht einfach neben den anderen Villager? Geht das nicht auf? Kannst du Essen fahren, Bro? Ja. Digga, der hat sich jetzt wirklich da hochgebaut zum Farmer, der Baddard. Du hast die ganzen Emeralds noch, ne? Ja. Okay, Bruder, guck hier. Da. Okay, korrekt. Wir handeln. Gib neu einen Trade. Gib neu einen Trade. Ja, der muss kurz seinen Trade updaten. Kann ich Karotten nicht mit Bonemail hochpflanzen? Nein. Was machst du? Karotten, äh... Ich brauche Emeralds wieder, Bro. Ja, wo bist du? Digga, der hat die gleichen Scheiß-Trades wie der andere. Oben bei dem Villager. Äh, oben beim anderen Feld. Eieieiei. Das ist ja unlucky. Ich geb ihm alle. Ist der schon wieder scheiße? Oh ja, er hat Enderperlen. Let's go. Okay, zwölf Stück gekauft. Ich kaufe noch mehr. Was brauchen wir jetzt noch? Plays. Muss ich jetzt erstmal was anderes von ihm kaufen oder wie ist das, damit er das wieder bekommt? Braucht er ein Haus oder so? Das kann ich tun. Braucht mehr. Zwölf Stück würden gerade so reichen, aber ich würde am liebsten noch ein bisschen mehr haben. Ich muss warten. Einen Tag warten. Jezalle mehr, Bruder. Okay, dann gehen wir so lange in den Nether und sperren den hier oben ein. Gut. Okay, Sebastian. Ich brauche jetzt vieles Konzentration hier. Jetzt nicht hi-haha. Wir müssen jetzt ernst machen, okay? Ich bin gerade am Weg nach oben. Ich bin schon im Portal. Ich brauche halt noch 50 Blöcke hoch, ne? Cool. Okay, was suche ich jetzt eine Enderfestung? Ja. Hab Spaß. Ich gucke mir die Callis kurz an. Ne, ich bin am End. Also ich bin gerade beim Drachen. Digga, aber auch so unlucky mit dem scheiß Seed, ne? Der ist wirklich scheiße. Du, Bro, wo bist du jetzt im Nether? Einfach gelaufen. Ja. In eine Richtung. Aber in welche? Nach links. Ich gucke gerade Richtung Westen. Ich bin einfach nach Westen gerade ausbauen. Verstehe die Koordinaten nicht in Minecraft. Das stimmt wirklich. Aber hier ist keine Festung weit und breit. Oh mein Gott. Wie kann ich mich saven eigentlich? Bist du durch den Wald gelaufen? Ja, auch. Ich fühle mich wie ein Minecraft Waro. Ja, das bremst uns halt einfach aus. Ich bin jetzt abgedriftet von meinem Weg. Digga, das ist der dümmste Speedrun aller Zeiten. Und der langsamste. Vor allen Dingen ist der... Also wir haben OP. Weißt du, was ich meine? Digga, wir haben OP-Stuff und verkacken trotzdem. Aber wir finden... Also die meiste Zeit geht drauf, wenn wir das Dorf suchen. Shit. Ich hab... Ist das eine Festung? Ja, ne? Ich hab eine. Ah! Oh! Ah! Oh! Oh, kaputt! Boah, Junge! Was machst du? Das darf man im Speedrun, alles gut. Töte den Enderman wegen der Perle. Wie weit sind wir vom Laserportal weg, Bro? Sei ehrlich. 1.000 Blöcke. Halt's Maul nicht ehrlich. Doch, ich bin sehr... Ah! Ah! Digga, komm, wir machen lieber rein, schnell. Wir werden schnell einfach durchlaufen, vor dem Wither-Skillert. Zwei Stück. Und wo hin jetzt? Ja, nach rechts ist der Blaze-Spawner. Kein Blaze-Spawner. Oh mein Gott. Zwei Blaze-Spawns hier? Wie viele Blaze-Spawns hast du? Ich hab gerade eine hier. Wir müssen eigentlich den ganzen Spawner hier direkt zubauen, den Raum. Ich hab jetzt 18 Stück. Ich will auf jeden Fall noch eine Charge mehr haben. Einer Perlen hast du? 11. Aber das würde halt, dass ich 20 Perlen wären, schon ganz gut oder so. Das reicht, Bro. Safe, weil die Augen gehen ja kaputt. Die Augen gehen kaputt. Nee, die fallen doch wieder. Nicht immer. Die haben ja eine random Chance, dass sie auch kaputt gehen. Das ist kacke. Lass uns doch eins holen. 20% ja, dass die kaputt gehen. Das reicht, okay. Sicher? Okay, was sagst du? Wollen wir abhauen oder nicht? Ja, ja. Warte, wie viele Augen brauchen wir? Zwölf Augen halt fürs Portal. Dann haben wir noch acht Perlen? Reicht doch. Da sind ja schon welche drin. Okay, jetzt haben wir genug. Jetzt go. Du weißt, wo es Portal ist, ne? Nee, also die Koordinatenwelt. Ja, okay, wo ist das? Warte, wir gehen direkt hier entlang. Nee, ich hab's. Sag genau, Korts. Minus 170, 101. Höhe, sie gemacht. Digga, der Nasser hat... Ach, Mann, Alter. Ich hasse sowas ja. Was denn? Der nervigste Nasser hat aller Zeiten gewesen. No joke. Wirklich, ne? Es ist insane, ehrlich. Und auch der längste Gefühl. Wir haben noch einen. Jetzt sind wir da. Nee, noch nicht ganz. Bruder, warum dauert das so lange? Ich könnte kacken, könnte ich. Das Einzige, was du beim Speedrun brauchst, ist Geduld, mein Lieber. Nein, genau die halt nicht. Mann, die dumme... Wir sind schon... Schon tausend Stunden gelaufen. Über dir, mein Freund. Ich bin da. Wo bist du denn runter? Hier, am Wasser. Am Wasser. Das ist doch dir, Spitzhagen. Wieso brauchst du selber? Ich hab's als Ernstes gefunden. Ey, wo ist denn das... Wahnsinn, Wahnsinn, Digga. Wie kann man denn auch so ein Dungeon bekommen noch dazu? Schade, einfach. Schade, einfach wie der Enderdrache uns an der Nase rumtanzt, oder? Der uns herumbläst. Ja. Hey, Bro, okay, das Dungeon ist einfach fucking huge, man. Ich hab's. Sehr gut. Yes, Poggers. In der Mitte, die sich reinstehen, ist doch dumm, oder? Muss man von innen aber machen, dann musst du zubauen. Ah, nein, es geht nur für den Framebau. Okay. So, hier ist ein Kürbis noch irgendwo, guck mal hier. Aber der ist nicht geschnitzt. Wie macht man das? Mit Schere, oh mein Gott, ich kann sogar mit Schere machen. Willst du Kürbis haben, Bro? Nee, ich hab Schere. Ist einer gesnitcht? Es snitcht. Ist er gesnitcht oder nicht? Ich hab schon drei Türme kaputt gemacht. Ja, ich mach jetzt gleich auch mit. Kann ich hier einfach so drauf machen? Hab noch einen. Was? Hab auch noch einen? Nein, ich muss Water Damage hier hinten. Oh! Oh mein Gott, König. Einer, nur noch einer, ne? Hast du deinen Kürbis auf? Ich seh hier nix. Ja, ja, ich hab Kürbis auf. Kriegst du den? Ah, Digga, da wollte ich sogar eben hoch. Nein, nein, nein. Das war der andere. Ja, ich bin schon hoch. Du warst einer neben Schlafergriff für Spawn. Actually, fuck Comedy, man. Und nicht dahin in die Lila Pampa. Und er soll mal runterkommen. Bro, wie lange braucht denn das Scheiß, bis das hier weggeht, dieses Drachenblut? Jetzt müssen wir halt warten, Digga. Kann ich halt mit der Ambus hitten, aber... Oh! Kommt der? Jetzt hat der gar kein Damage gemacht, gefühlt. Das bringt halt überhaupt nichts, wa? Toll, ich hab drei Pfeile. Komm doch runter, du Lappen! Ey, Bro! Der hat abgeblockt! Der was? Der hat das mit diesem Drachenatem abgeblockt? Okay. Aber wer kommt der denn? Eklig, Alter, ekliger Penner. Er kommt nicht runter. Er kommt runter, er kommt runter! Oh Gott! Bett zünden! Ich kann nicht. Ich bin weggewoxt. Oh Gott! Ich bin tot. Bitte Water-Image. Bitte Jesus, ich mach dir, Mutter Gottes. Oh! Oh Gott. Jesus, noch Water-Image. Oh! Ich bin eine Legende. Digga, der kriegt keinen Damage davon. Mach mir schwer, es macht richtig Damage. Guck mal. Gib mir die Pfeile ab. Gib mir die Pfeile ab. Gezogen. Oh, guter Hit. Oh, er kommt wieder. Hitten, Spam. Oh, Spam. Das war's. Kann nicht, boh, Spam. Wieso? Da habe ich den Armbrusthaft, Digga. Die kann man nicht spammen. Wir müssen ihn rausschlagen. Rausschlagen. Komm, der ist gleich dead. Schaffen wir nicht. Schaffen wir nicht. Ja, den Bogen haben wir gleich. Hä? Ich hab... Was? Ich... Es ist einfach nur... Ich hab ihn gleich. Oh nein. Oh Gott, ich hab mal bis jetzt. Bitte Enderman. Ich hab das nicht gesehen. Ey, ich hab kein Damage. Oh, ey, ist das glaube ich. Hab ihn hittet. Hittet. Noch ein Hit. Ja. Let's go. Digga. Oh, lange genug gedauert. Dieser Scheiß. Junge, Junge, Junge. Okay. Drei, zwei, eins und rein. Rein da. Oh, Junge, Digga. Hey, so ein unlucky Speedrun noch nie in meinem Leben gesehen. Digga, der war länger als der andere. Oh, no joke. Mit lucky Items, aber dann halt einfach alles beschissen gewesen. Lucky Items, aber unlucky C, wie man so schön sagt. Leute, das war's von diesem wunderschönen Video. Lasst einen Daumen nach oben da. Wenn es euch gefallen hat. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Schaut bei Tobi vorbei. Tschüss. Tschüss.